Hallo, hier ist wieder Karl Richter aus der Weinzeche, heute mit einem Rotwein aus Südfrankreich, genauer gesagt aus dem Languedoc. Vor kurzem habe ich Ihnen von der Domaine de Larsac den Weißwein vorgestellt. Heute ist der Rote dran. Der Rote Larsac wird aus Syrah und Marcellin hergestellt. Syrah ist eine Rebsorte, die jeder kennt. Marcellin ist eine Neuzüchtung aus Grenache und Cabernet Sauvignon. Der Rote Larsac besitzt eine tiefe, satte Farbe, eine reiche, vollmundige, weiche und feinwürzige Frucht. Ich trinke den gerne zu gegrillten Würstchen, zu Pizza, Pasta oder auch einem guten Hartkäse. Larsac ist ein weiteres Beispiel für das große Potenzial des Languedocs, wo man nämlich für relativ wenig Geld eine Vielzahl an wunderbaren Rotweinen findet. Und nicht vergessen, no wine, no party.